Dann sehe ich gleich mal, ob es auch so funktioniert und so. Ob ihr damit zurechtkommt. Uah! Okay. Bei den neuen Tumor-Dateien wäre sie jetzt schon tot gewesen. Das wäre viel zu hoch. So. Hatte ich einen neuen Level betreten und dann hatten wir ausgemacht? Kann gut sein, ne? Ah, ja. Das ist noch zu. Ich könnte ja trotzdem mal kurz darunter. Ist das eine Tür hier? Sieht so aus. Ach, Nase. Für mich ist das gerade auch ein bisschen leise. Hallo, Lara. Die Uhr. Kann man aber ein bisschen lauter machen vielleicht. Ist das ein Block hier? Ja. Und hinter dem Block ist bestimmt der Schalter, oder? Ah, wir haben ja auch schon eine Schrotflinte und so. Das ist ja auch nicht. Wozu haben wir den Block denn da? Hä? Wir können ja auch... Hä? Gut, dann... Dann da. Da könnte man hangeln. Ich hatte ja diese Kameraführung manchmal. Also ich habe jetzt bei Underworld, habe ich auch gemerkt, ich würde... Ich meckere da auch ab und zu, wer denn meine Videos verfolgt demnächst. Meckere ich ab und zu über diese Kameraführung. Obwohl ich Underworld ja liebe, ne? Ich finde dieses Spiel einfach nur toll, aber das... Weil man ja auch die Kamera selber steuern kann und dann... Äh... Sich aber selber auch steuern will und... Ach, das passt überhaupt nicht zusammen. Jetzt ist da die Tür offen, ne? Gehe ich mal von aus. Ja. Äh... Ein Block? Ah, okay. Dann mal ziehen hier. Ich weiß, für euch ist das manchmal... Die dunklen Stellen manchmal noch dunkler. Kann da gerade nicht viel dran machen. Aber es geht noch. Also das... Das ging jetzt noch. Äh... Ach... Ich will immer mit dem Joystick steuern. Das ist so ungewohnt, dass man immer noch mit den Richtungstasten sie steuert. So kann das sein, dass wir da oben drauf müssen. Joa, ne? Das sieht gut aus. Alles klar. Dann weiß ich jetzt auch, was wir machen müssen. Dann habe ich den Block eigentlich... Ja, entweder ich ziehe den jetzt noch ein Stück... Joa, ich ziehe den jetzt noch ein Stück. Ist ja wurscht. Welchen Block ich ziehe, ist ja eigentlich egal. Der muss auf jeden Fall jetzt hier rüber. Jetzt gibt das Sinn. So. Macht dir denn, äh... Shadow of the Tomb Raider Spaß, Marcelus? Hast du da Freude dran? Oder... Willst du da auch Platin holen? Erzähl mal. Ja, nicht da rauf. Ich ziehe noch einmal. So, und einmal drücken. Und dann müssen wir da oben drauf kommen. Siehste? Siehst du stark, ne? Hep. Mit ihren kleinen Spaghetti-Ärmchen. Genau. Da oben hin wollen wir. Ich kann auch die Anne mal erzählen. Was zockt ihr denn gerade so? Und, äh... Habt ihr schon gesehen, dass die... Habt ihr in der Playstation... Habt ihr schon gesehen, dass jetzt die... Was ist das, bitte? Wäääh! Moment. Eigentlich ja... Ich mag ja so schwarze Pumas ja eigentlich, ne? Ich will den nicht töten. Der ist hübsch. So, aber der will mich fressen. Gleich, gerade im Kampf. Ja, ich auch. So. Habt ihr schon gesehen, dass, äh... Die Trophäen... Die Trophäen... Weil auf der Playstation jetzt geupdatet worden sind und so. Dass man jetzt einen höheren Level erreicht hat und so. Jetzt ist er schon für die Playstation 5 jetzt so gemacht worden. Soll ja sich alles verändern. Ich will nur da rauf, Lara. Das kriegst du doch auch so hin. Vielleicht, äh... Wollt ihr da mal was zu schreiben sonst? Wie ihr das findet? Habt ihr das schon gesehen? Jo. Lasch nacken. So, Munition. Yes. Was haben wir denn da eigentlich? Wie viel haben wir denn? Das war für die, ne? 458 Schuss und ich schieße immer mit der... Mit den Pistolen, ne? Okay, go back. Geheimnis war das jetzt aber nicht. So, was ist das für eine hässliche Fratze da hinten? Ah, das ist die Sphinx, ne? Oh mein Gott. Und was ist das da? Da, guck mal. Was ist das? Macht das auch Geräusche? Guckt sich um? Kann man das überhaupt töten? Jo. Oh Gott, Gott. Es ist explodiert. Was für eine hässliche Sphinx. Aber das ging damals nicht besser, ne? Ach, das sieht das cool aus. Eben, ich... Total schräg. Okay. Ah, ich kann hier runter. Alles klar. Das ging halt damals nicht besser. Okay. Hier ist wieder ein Block, glaube ich, den man ziehen kann. Ja, sieht so aus. Ich werde mir erstmal ein bisschen den Überblick verschaffen wieder. Da sieht Minecraft heutzutage sogar noch besser aus als das, ne? Schon irgendwie verrückt. Ja. Sie ist ja auch noch ein bisschen breit gezogen. Also eigentlich ist das alles ja ein bisschen schmaler, ne? Aber sie ist ja eigentlich ein bisschen dünner. Ich müsste normalerweise das schmaler ziehen. Der Tee, hallo! Einen wunderschönen guten Nachmittag. Wie geht's dir? Ja. Ja. Ich gucke mich gerade bei der Sphinx um hier. Und muss mal sehen, wie es hier weitergeht. So. Für mich persönlich das Beste. Tomb Raider bis jetzt. Schön düster. Lara sieht super aus. Die Rätsel finde ich echt hervorragend gemacht. Musste teilweise bei den Rätseln 40 Minuten denken, bevor ich den richtigen Weg hochklettern konnte. Okay. Bis jetzt musste ich dreimal meine Waffen benutzen. Sonst schleiche ich durch die Gegend. Ja, das ist eigentlich ganz cool, ne? Dass man das kann. Das feiere ich auch. Bis zur Zeit, äh, bin zur Zeit beim heimischen Volk und kurz davor, diese einheimischen Gegner zu treffen. Ah, okay. Naja, nicht so gut. Ist leider viel Mist passiert diese Woche. Okay. Ach, Mensch. Das tut mir leid. Dann kann es ja jetzt nur noch besser werden. Nach einem Tief kommt ein Hoch. Hm? Ich benutze meinen Block, um hier raufzukommen. Aber das bringt gar nichts. Jetzt bin ich noch am Hals dieser komischen, hässlichen Statue. Äh, Sings. Ähm, okay. Hm, kein Geheimnis oder so. Ist hier auch auf dem Kopf. Moment. Habt ihr das gesehen? Da kann man irgendwie noch rein, ne? Ganz rechts da. Da war doch eben so ein Diamant. Also kommen wir noch in den Kopf des, äh, des Fings. Oh, das war ein bisschen tief. Ja, danke. Dein Stream ist der Anfang. Na, siehste. Genau so meinte ich das. Also den Erfolg mit den Lavas habe ich. Herrlicher Erfolg. Ja, das ist süß, ne? Man kann sie auch immer wieder streicheln. Aber es reichen halt fünf, um halt diese Trophäe zu bekommen. Okay, da kommen wir wahrscheinlich eher wieder runter. Ja, das ist rutschig. Okay. Ja, hier gehe ich mal ins Wasser. War das noch mit dem Schwimmen? Ah, ja. Hier liegt Munition. Kann ich das nehmen? Nehmen, 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 nehmen. Danke. Ich habe so viel Munition schon für diese, diese Waffe. Zeit, dass ich die auch mal nutze, ne? Äh, ich hänge fest. Palmen. Hier, Palmen, ey. Wo ist denn die Sonne, die die Palmen hat wachsen lassen? Egal. Irgendwas musste sich ja einfallen lassen. Heute wohl Finale, oder? Ja, müssen wir mal gucken, ne? Ob wir das Spiel durchkriegen. Das wäre schon cool. Ah, hier. Da ist auch noch was zum Speichern. Da müssen wir wohl noch rein. Aber da kann Lara ja so nicht rein. Das geht ja noch nicht. Ich glaube, erst ab dritten Teil konnte sie kriechen, ne? So, da könnte man drauf. Da sind Schlösser oder so. Ach ja, stimmt. Da sind ja diese, diese vier Gegenstände, die man einsammeln muss. Ah! Das wäre doch was, wenn sie da dran klettern könnte. Aber nö. Hm. Da müssen wir wohl irgendwie einen Weg reinfinden. Da liegt Munition. Ich habe ja... Ich habe ja nichts. Deswegen brauche ich Munition. Hauptsache sammeln. So, ich könnte die Kiste da mal ziehen. Weil ansonsten... sehe ich jetzt hier keinen Weg. Ja, da ist was. Da müssen wir die Teile haben zum Einsetzen. Dieser Sound, wie sie schwimmt, ne? Oh, da liegt ja noch was. Ich glaube, den würde man überall wiedererkennen, oder? Ich könnte damit bei Wetten das auftreten, wenn es das noch geben würde. Tauchgeräusche von Games. Ich könnte auf jeden Fall Tomb Raider raushören. So. Da ist der Block, genau. Den wollte ich jetzt nehmen. Habt die Ehre. Habt die Ehre, sagt er. Auf jeden Fall ein herzliches Willkommen und wunderschönen guten Nachmittag dir. Ach so, ein langen Namen ohne Punkt und Komma. Da muss man nicht erst mal gucken, wie man das aussprechen soll. Das ist ja so, wo ist der Anfang des Endes. So. Ich hoffe, da ist jetzt dahinter irgendwie ein Gang, ein Schalter. Noch besser. Oder auch nicht. Das ist eine Tür. Scheiße. Die haben doch keinen Schlüssel, oder? Nein. Nein. Das will sie nicht. Nein. Jetzt, jetzt hab ich's richtig gelesen, ne? Ich weiß nicht, wie ich das ausgesprochen habe. Barlow the Demon King. So. Schlimm, wenn er halt kein Leerzeichen dazwischen ist. So. Da reiht man sich da alles Mögliche zusammen. Sorry, tut mir leid. Okay. Aber wo soll's denn jetzt lang gehen? Ich hab keinen Schlüssel. Ich könnte höchstens versuchen, da reinzuspringen, oder so. Hinter das Gitter. Ich glaub, das geht nicht. Was haben wir da denn eigentlich? Was ist da denn hin? Da wahrscheinlich ein Schlüssel, um mich zu ärgern. Nee, das ist ein Medipack. Hm. Bin der Hardrock King. Ah, okay. Von YouTube. Wunderbar. Schön. Freut mich. Da kann ich auch wieder zurück. Okay. Sie kann ja auch sehr weit springen, ne? Das, das vergisst man immer. Könnte zum Beispiel sein, dass ich da hin kann. Ich versuch's mal. Kann dir in Ägypten leider nicht weiterhelfen. Joa, ist nicht schlimm, aber das war nicht das Richtige. Hm. Also, irgendwie kann man noch in den Kopf da rein. Das ist auch zu hier. Das sieht auch nach einer Tür aus. Wenn man da so weiterlaufen kann und Lara da nicht stoppt, dann ist es meistens immer eine Tür. Im Wasser geht's auch nicht weiter. Hm. Hm. Da sieht man mal, wie leicht die neuen Teile sind. Ja, ne? Da hat man immer eigentlich eine Idee, wie man weiterkommt. Und das war hier nicht so. Dann stehst du hier und dann, ja. Viel Spaß. Da kriegst du auch nicht Hilfe oder so, dass dann gesagt wird, brauchst du Hilfe, denn drücke. Hm. Oder so. Wenn ich an die Teile von Legend und Anniversary oder Underworld denke, da kannst du ja sogar, kannst du ja auch dir Hilfe anzeigen lassen, wenn du es brauchst. Oder, ja, bei Legend war das ja eher so, dass sie da ihr Fernglas hatte, zum Beispiel. Huch. Habe mich jetzt aber erschrocken. Ferkelsushi, vielen, vielen Dank für deinen Follower und ein herzliches Willkommen. Herzliches Willkommen. Oh. Könnt ihr mich noch hören? Bei mir ist gerade was abgeschmiert hier, glaube ich. Na super. Meine Kamera ist abgeschmiert. Hören dich. Ja, super. War ich das? Ja, das warst du. Verwendet die Webcam. Eigentlich müsste es jetzt gehen wieder. Hallo. Hallo. Hm. Da hat sich die, guck an hier, da hat sich die Webcam erschrocken. Gibt nichts mehr. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank für deinen Follower nochmal. Jetzt. Ha. Jetzt geht's wieder. Juhu. Ich bin wieder da. So. Jetzt wieder. Ich mach das auch nie wieder. Besser ist das. So. Nee, keine Ahnung, woanders jetzt gerade lag. Ich komm ja auf den Kopf nicht drauf. Das ist ja viel zu hoch alles. Ich hab ja auch noch nicht gehabt. Lustig. Immer wieder was Neues, ne? Shit, ey. Dann sitzt man hier so lange dran. Nur weil man... Äh! Wenn man den Weg nicht weiß, ne? Ich probier's mal was aus, obwohl ich aber nicht glaube, dass das funktioniert. Aber weiß ja nie, wenn man's nicht ausprobiert hat, ne? Ah! Shit! Oh Gott, ich hasse diese Steuerung mit den Tasten. So. Das ist so ungewohnt. Da kann man nicht so schnell mal ausgleichen. Ja, seitwärts springen haben wir gleich vor, aber ich wollte erst mal da oben rauf. Nee, das wird nix. Nee, nee, da springt sie gegen. Ich hab gedacht, so ein weit Seitwärtssprung da irgendwie sich da durchmauscheln, aber das geht nicht. So. Hab gelesen, du spielst noch normal nur PS4. Hast du dir die neue PS5 auch schon vorbestellt? Nee, da war ich zu spät dran, nur. Hab ich nicht mitbekommen. Aber das ist nicht schlimm. Ich kauf mir sie auf jeden Fall. Sobald, na, das geht nicht. Sobald sie die irgendwie, sobald ich da irgendwie rankomme, ist sie mein. Nee, das kann da nicht rauf. Das ist Quatsch. Okay. Shit, ich wollte da auf die Schräge rauf. Ich weiß zwar nicht, ob sie da stehen kann. Ja, kann sie. Leider habe ich die PS5 nicht vorbestellen können. Und es ist ja auch immer die Frage, auch wenn man sie vorbestellt, ob man sie tatsächlich denn auch zu Release bekommt, habe ich ein Video gesehen. Die ist ja riesig, fast so groß wie ein PC und von der Höhe. Ja, ich muss auch, habe ich auch gesehen. Da musste ich so dran denken, das sieht schon fast aus wie so ein alter Videorekorder, so in der Größe. schon ein Riesenteil. Kannst du schon fast so nehmen, so ein PC hinstellen, könntest du fast gar nicht erkennen, was so ein PC, was PlayStation ist, so von der Größe. Oh, ich bin so blind, ne? Da ist doch eine Öffnung hinter dem Kopf da, oder? Ich glaube, ich habe es. Wurde ja storniert seitens Händler. Ja, siehst du? Schon zehn. Ich finde das absolut bekloppt. Gut, ich mache jetzt ja nur YouTube und so und um halt auch mit, vielleicht mit anderen YouTubern mitzumischen, gibt es bestimmt so einige, die denn auch die PlayStation denn auch rechtzeitig bekommen, aber schon früher oder so, um halt die Ersten zu sein, die denn die PlayStation 5 Spiele spielen. Aber, ne, ach, ist mir wurscht. so bin ich nicht so hinterher. Ich warte lieber, bis es da irgendwie ein Bundle gibt oder so. Ich hätte ja gerne denn auch gleich mit zwei Controllern oder so und vielleicht auch noch ein cooles Game dabei oder irgendwas. Hä, wie bin ich denn jetzt da raufgekommen? Ach so, mit der Kiste, ne? Kaninchen-Motti. Hallo. Hallo, du Hübsche. Einen wunderschönen guten Nachmittag dir. Hä? Kann sie jetzt nicht mehr auf der Kiste, von der Kiste springen, oder? Das ist doch nicht weit, oder? Tatsächlich. Ich muss die Kiste wieder zurückschieben, oder was? Wie geht's dir? Hast du schon Platin gemacht bei Mad Max? Ich hab's noch nicht mitbekommen. Falls. Ach, die kann doch auch von da rauf, oder nicht? Guten Morgen. So. Ich geh mal langsam hier. Das kommt davon, wenn man sich nicht genau umschaut. So, hier. Guckt mal. Da geht's doch weiter. Nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. gut versteckt. Da haben wir einen Schlüssel. Yes. Kannst nicht über den Zaun springen? Nein, kann man nicht. Hab ich ausprobiert. Aber ich komm grad weiter. Der Schlüssel ist bestimmt unten für für das, für die Tür da. Das probieren wir jetzt aus, ne? Yep. Einmal Yep. So. So, das müsst ihr ja vielleicht dafür sein. Der ist der hübsche Schlüssel. Hübsches Teil. Na also. Ja, es geht weiter. Und was ich mal mache ist, weil das Spiel speichert ja nicht automatisch, deswegen sollte man selber speichern. Wie geht denn das noch? War das nicht hier? Game. Restart. Exit. Load Game. Hä? Kannst du nicht über, äh, warte mal. Kennst du auch Horizon Zero Dawn? Oh ja, ich hab das Spiel geliebt. Ich hab's auch platiniert. Das hab ich auch gesuchtet, das Game. Horizon Zero Dawn werde ich auf jeden Fall den zweiten Teil spielen. Aber sowas von. 100 Pro. Äh, wie speichel ich denn jetzt? Hat das keinen... Das ist grad merkwürdig. Ja, kommt auch für die Playstation 4 raus, ja. Aber, hm, ja, müssen wir mal gucken, äh, ob ich da nicht abwarte, bis es vielleicht, bis ich vielleicht die Playstation 5 habe, bevor ich das zocke. Das weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, wie viel Geduld ich da hab. Das wird ja wahrscheinlich auch erst nächstes Jahr rauskommen, oder? Weiß das jetzt gar nicht. Obwohl das ja schon gezeigt worden ist zum Release auch der Playstation und so, ne? Gab's ja auch schon den Trailer dazu. Das ist ja merkwürdig. Ich kann ja wenig speichern. Das macht ja gar keinen Sinn, jetzt weiterzuspielen, wenn ich es nicht speichern kann. Ach, die Platin Mad Max musste nochmal anfangen, hatte wieder Bug in einem Game, konnte er Container nicht öffnen im Suchgebiet, da man abschließen muss für Herausforderungen. Ach du Scheiße. Ich bin beim Neuanfang nochmal zum So bin ich hingefahren, ging jetzt auf, war ein sehr bekannter Bug, den ich hatte. Ach, so wie ätzend, ne? Und dann ausgerechnet, dann trifft, betrifft er einen, ne? Aber gut, dass du das geschafft hast dann trotzdem noch. Dann brauchst du doch noch ein bisschen, bis du da hinkommst? Ach, wie ärgerlich. Ach Scheiße, was habe ich jetzt gedrückt? Ja, ich habe Exit to Title gedrückt, ne? Ich kann ja auch laden. Start Game, Load Game. Wieso konnte ich den nicht speichern? Ach, ich bin so doof, ich kann ja nicht da speichern, wo, wo ich das gerne hätte, ich kann auch nur an diesen Kristallen speichern. Ich bin so doof, natürlich kann ich ja nur hier speichern. Dafür sind die doch da. Ach ja, vielleicht sollte ich doch lieber ausmachen und schlafen gehen. Ich glaube ich irgendwie, bin ich gerade nicht ganz auf der Höhe. Klar, kann ja nicht speichern. So ein Blödsinn. Aber es ist ja gerade gespeichert worden. Also von daher, dann ist ja alles gut. Na gut, dann gehen wir jetzt erforschen, was hier drin ist. Ach, das ist das. So sah das also aus. Guck mal an. Wenn ich da so eine Anniversary denk. Mal vor spaßiger Nacht, gut, hast du es, wenn sie beansprucht. da liegt auch noch Munition. Oh, guck mal. Hab ich aber ein Schwein, da ist gut, tot ist tot. So. So sah das hier also aus. Da muss ich trotzdem aber da oben langen, ne? Aber diese Figuren bewegen sich wahrscheinlich nicht. Wäre mal gespannt. Haben sie bei Anniversary doch anders gemacht. Okay, aber da muss ja irgendwo ein Schalter oder irgendwas. Aha. Ein Weg. Okay. Warte mal. Ich will jetzt mal die Waffen hier. Wozu habe ich die eigentlich? Fast 600 Schuss. Also, naja, nicht ganz, aber. Alter. Wie klingen die denn bitte? Kann man die auch mal nutzen, ne? Wenn man so viel Schuss hat. Ach, sag bloß, ich bin nicht als auf der, hinter dem Zaun. Muss ja mal gucken hier. Ja. Genau, da ist nämlich, da müsste die Sphinx sein. Die arme Katze, naja. ich würde sie auch gerne leben lassen. So Black Panther, finde ich sowieso total schön. Ich hatte damals als Kind, hatte ich einen riesen Poster von so einem Black Panther tatsächlich an der Wand hängen. Und sonst, genießt deine Ferien? Ja, doch. Ich finde es schön, mal nicht in die Schule zu müssen, echt. was ist das? Das klingt nach Alligatoren. Yep. Das ist ein Alligator. Hallo? Okay. Weil ich das sonst wieder bereuen werde. Mal einfach speichern hier. Der ist aber schnell tot, ne? Krass. Naja, bisher muss man auch merken, dass man mit der Munition was anfangen kann. So. Können wir da rauf? Versuchen wir es mal. Nein, das ist soweit. Schade. Der kam hier raus. Aha. Ist das so schlau, Herr Lang? Das war ein weiter Weg zum Medi-Pack. Aha. Vermisse ich aber irgendwie. Das ist irgendwie. Das ist irgendwie eine Tür im Boden. Wasser. 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 Da scheint es einen Weg zu geben. Das ist die Katze? Bei Aniversal war die viel größer, ne? Okay, dann geht das noch auf da unten. Das ist schon krass, wie eh nicht die Aniversal hier tatsächlich gestaltet haben, aber halt auch. Meini ist aber auch viel, viel verändert. wie ist kein Geheimnis? Jetzt habe ich ge... Ah! Das habe ich doch vermisst, das Geräusch. So hat sich hier noch keiner geäußert. Und da Katja ja auf jeden Fall hier so eine Platinjägerin ist. Wie findest du eigentlich das neue Trophäen-System jetzt? Erzähl mal. Jetzt sind wir ja level-technisch extremst aufgestiegen, alle Leute jetzt. Ich bin jetzt level 305 oder so und du bist, glaube ich, irgendwie schon fast 800. Level 800 irgendwie sowas. 700 irgendwas. Irgendwas hatte ich da gesehen. Ist ja irgendwie verrückt. Ja gut, ich muss wahrscheinlich ins Wasser, ne? Oh, aua. Klar, hat sich wehgetan. Was ist denn das da oben? Das sieht ja interessant aus. Das heißt, ich muss auch irgendwie noch da hoch. Da ist auch noch ein Medipack. Aber von hier unten komme ich da auf jeden Fall gar nicht hin. Das kann ich knicken. da habe ich mich jetzt erschrocken. So schnell konnte ich nicht reagieren. Okay. Nochmal. Musste sie leider erst mal überrollt werden, die Arme. Da kannst du dich nicht mehr festhalten, das war zu sehr an der Kante. So, jetzt sammeln wir mal wieder ein, sonst vergesse ich das noch. Sehe ich jetzt erst von Stufe 8 auf 135. Krass, Sprung mit in. Ja, genau. Genau, genau. Ist das jetzt geupdatet worden. So, jetzt war ich schlauer. Aber das soll ja auch so sein, ne? Dass man beim ersten Mal getroffen wird und dann, ich finde es zum Kotzen, wollte ja nächstes Jahrhundert erreichen, das kann ich mir jetzt abschmatzen. Vielen Dank an Sony dafür. Hätte lieber mit Level 101 und so wieder machen sollen. Haben Kollegen bei mir, war schon einige Zeit Level 100 und jetzt Level 9, bleibt der stecken. Ja, habe ich auch gehört, dass es nicht weiter geht als Level 999. Total dumm. Aha. Es ist noch zu. Das bringt also gar nichts. Toll. Können wir von außen reingucken. Schön. Was machen die, die jetzt Trophäen, 3000, 3000 Trophäen haben? Es gibt ja, ne? Leute, die ja über 1000 und was weiß ich Trophäen haben. Was machen die denn jetzt? Das ist total dumm. Was soll das? Also dann müssen sie ja auch den Level dementsprechend ja auch erhöhen, dass man nicht nur Level 999 erreichen kann. Da muss man auch Level, was weiß ich, 100.000 erreichen können oder sowas. Aber vielleicht kommt das ja noch. Auf Level 9 ist auch erst eine Person weltweit. Okay. Level 716 bin ich jetzt. Ja, genau. Ist das nicht Wahnsinn? Auf einmal so einen Sprung machen. Ah, der Chef kommt nach Hause. So, da kam ich her. Da will ich gar nicht hin. Ich springe jetzt ins Wasser. Krass, Respekt. Ja. Das ist schon eine Hausnummer. So, da gehen wir durch. Ich hoffe, dass es da weiter geht. Sonst habe ich wieder irgendwas nicht gesehen. Hi. Na, endlich Feierabend. Oh ja. Ah, Hilfe. Ich werde gleich angeknabbert. So, sicher ist sicher, ne? So, jetzt gucke ich mich mal hier um. Jetzt, wo das Krokodil weg ist. Nö, ich habe sogar Zweile dort drin, die jetzt level. Hakum ist nicht mehr Platz 1. Ja, was machen die denn jetzt? Wo ist denn da denn noch der Reiz, wenn man dann halt da auch den Level nicht mehr aufsteigen kann? Klar, die Zahl erhöht sich denn ja noch, was die Trophäen angeht, ne? Aber irgendwie hat man das ja auch wahrscheinlich für den Level gemacht, ne? Also war mir jetzt nicht so unbedingt so wichtig, aber war schon immer interessant. Naja, ich hoffe, es ist ja wahrscheinlich ja noch in den Kinderschuhen. Müssen wir mal abwarten, was sie damit jetzt vorhaben. Vielleicht ist das ja nur der erste Step. Kannst du sich da festhalten? Ja. Geht gerade so, ne? Ach, schön, die Musik. Ich gehe jetzt zwei Stunden joggen. Hoffe, du bist nachher noch da. Ich denke mal schon. Viel Spaß beim Joggen. Viel Erfolg. Muss ich auch unbedingt mal wieder. Da ist was. Ist das ein Schalter? Da? Ich könnte hier speichern. Ach, das ist jetzt die Stelle hier. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Muss irgendwie da hoch, ne? Muss ich wahrscheinlich die Kiste so hinschieben, dass ich da hochkomme. Da ja nicht. Da ist auch noch eine Kiste. Da könnte man hoch. Was ist das? Wozu ist da eine Kiste? Ich weiß gerade nicht, was ich spielen soll. Hm. Da kann ich auch nicht helfen, du. Na gut, dann ziehe ich die jetzt mal. Wow. Festhalten, Laura. Und ziehen. Schon mal Metro gezockt? Das ist das, was ich gerade so vielleicht heute Abend, wenn ich fertig mit Stream bin, vielleicht nochmal zocken möchte. Da habe ich gerade wieder so Bock drauf. Genau, das ist wie Bioshock. oder so. Da hätte ich auch mal wieder Lust zu. Bioshock Infinite. Wer das kennt. Ich bin damals bei der Playstation 3 platiniert, aber Playstation 4 noch gar nicht. Hätte ich auch mal Bock zu, das zu machen. So. Oh. Shit. Shit. Jetzt bin ich runtergefallen. Oh. 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 Da geht's auch hoch, denke ich. Oh. 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 So, mal gucken. Was haben wir denn hier? Ist ja hübsch hier. Ein Schalter. Wer hätte es gedacht? Bioshock ist eine geile Reihe. Der erste Teil ist mein Favorit. Metro sagt mir gar nichts. Okay. Ja, Metro ist auch so ein... Ja, so ein Shooter. Der erste Teil ist in Russland. Da geht es halt... Oh, das ist da rausgekommen. Worum geht es da in der Story? So richtig habe ich das gar nicht doch verstanden. Schon irgendwo. Also das ist einfach... Da ist auch irgendwie eine Atombombe los oder was. Und die Menschen haben sich dann in der Metro und so weiter verschanzt. Weil man oben auf dem Planeten, auf der Erde so halt nicht mehr rumlaufen kann. Und dabei haben sich auch ein paar komische Wesen entwickelt und so, mit denen man es dann auch zu tun hat. Und dann spielt man den Atiom. Der dann da halt so ein Abenteuer erlebt, sozusagen. Ist schon cool gemacht. Also ich finde das sehr... Sehr gut gemacht. So vom... Ah, jetzt weiß ich. Jetzt muss ich da rüber, um dann halt... Da rauf zu können. Okay, alles klar. Dann werde ich jetzt gleich da mal speichern. Kann ich hier ins Wasser hüpfen? Nee, ich weiß nicht. Ja, so ist es. Dann ist es mir sicherer. Einmal wieder runter. Dann gibt es auch schon mehrere Teile von Metro. Jetzt werde ich mal den Speicherkristall verwenden. Borderlands hat... Sollte es mir gefallen. Da der ja Bioshock gefällt, ich würde es eher damit ein bisschen vergleichen. Typischer... Typischer Shooter halt, wo du halt auch... Borderlands... Ja, Borderlands ist ja auch... Ja. Mit was kann man das vergleichen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gar nicht so die Vergleiche, was das angeht. Ich bin ja eigentlich gar nicht so die Shooter-Spielerin. Weiß ich, ob man das mit Call of Duty oder so vergleichen kann. Ich habe keine Ahnung. Obwohl, ich finde die nicht so gut, die Spiele... Also es ist halt mein Geschmack so, ne? So war das Thema, mich einfach nicht so interessiert. Aber immer, wenn das so ein bisschen mystisch wird, dann holt mich das schon ab. Und ja, ich finde die Waffen einfach total cool da. Die haben einen geilen Sound und so. Hab Metro Redux gespielt. Meinst du das? Ja, zum Beispiel. Genau. Das habe ich jetzt gerade wieder neu entdeckt für mich. Hä? Muss ich da hinten hoch oder was? Ne, das wird nichts. Ne, das ist so hoch. Ich hatte auch schon Metro Last Light. Weißt du das so? Hatte ich auch schon angefangen zu zocken, aber irgendwie hing ich dann in der Metro da irgendwie da fest und kam nicht mehr so richtig weiter, weil da musst du nämlich immer... Bei Metro ist das so, da kannst du ja nicht die Luft unbedingt immer einatmen, da in jeder Ecke. Hat einige Scarejump-Momente das Game. Ja, doch. Doch, doch, ja. Aber durch diese Viecher und so, die da sind, ist es doch recht so auch mystisch, ne? Ist relativ realistisch, aber halt auch mystisch. Also so realistisch meine ich so, man könnte es nachvollziehen, wenn das wirklich passiert wäre, auch so mit der Welt und so weiter, dass es dann sich vielleicht so anfühlen könnte. Also ich, es ist einfach eine ganz eigene Atmosphäre. Muss man einfach mal angezockt haben. Das ist echt, finde ich, schwer zu erklären. Eine sehr düstere, mystische Atmosphäre hat das. Und man muss natürlich auch diesen russischen Akzent und so, den muss man auch mögen, ne? Der denn da halt auch so herrscht. Das wird auch nicht jedermanns Sache. So, jetzt kommen wir da ran. Aber ich habe die, ich habe das schon durch und dann hatte ich ja Last Light angefangen. Und dann habe ich irgendwann da so gefrustet, dann hatte ich das erstmal wieder bei Antarkta gelegt und ähnlich anderen Games gezockt. Und jetzt habe ich das mal wieder angefangen. Ich komme da nicht hin, ne? Ne. Da hat sich irgendwie eine Öffnung offenbart. Aber ich kann es nicht noch ein weiterziehen. Wodka für alle, das verstehe ich. Ja. Also, entweder ist das ein Geheimnis da. Was ist das? Muss ich doch mal gucken, ne? Wie komme ich denn da hin? Das ist ja was. Bei Borderlands ist das ja eher so, das ist ja sehr, lustig. Au. Borderlands ist ja so ein bisschen schräg, ne? Auch. Und dann hast du ja tausend Waffen und alles, ne? Habe ich auch gerne gespielt. Tatsächlich auch den zweiten Teil habe ich total gerne gezockt. Borderlands 2. Damals mit meinen Jungs sogar zusammen. Das war schon echt cool. Ich spiele halt Ghost Recon White Lands und befreie Bolivien von Drogenkartell. Ah, okay. Sagt mir gar nichts. Ist das auch ein Shooter? Seitdem bin ich nicht so bewandert. Metro hat mich einfach nur gepackt von der Story halt her damals. Ich hatte mir da auch ein Let's Play angeschaut und dann musste ich es auch selber zocken. So ist das manchmal, ne? So, ich glaube, ich muss da jetzt nochmal hin, ne? Ne, ich habe da nachgespeichert, nachdem ich den, nachdem ich das rausgefahren habe. Genau. Habe ich ja noch nicht so viel wieder nachzuholen hier. Muss ich die Kiste da wieder hinschieben. Jupp, ist ein guter Teil. Ah, okay. Katja kennt sich aus. Ja, aber das finde ich ganz gut, weil das etwas taktischer ist und nicht so ein irre Rumgeballer immer. Ja, genau. Und ich finde, das ist halt bei Metro eigentlich auch so. Du kannst ja auch Stealth machen. Also du kannst auch die heimlich mit dem Messer, mit dem Wurfmesser töten oder hinlaufen und die von hinten killen und all solche Sachen. Habe jetzt Assassin's Creed Odyssey gestartet. Athen mal aufmischen und leveln. Na. Ne? Viel Spaß. Das ist auch cool. Habe ich auch nie gezockt, aber ich kenne die Games. mein ältester Sohn, die auch da auch mal ein Teil gezockt hat. Mit Cassandra. Oh, da spiele ich nebenbei auch. Da kannst du mal sehen. So, weiter ging es glaube ich nicht. Nö. Kann ich die Kiste noch woanders hinschieben? Nee. Oder? Naja, gut. Vielleicht könnte man die Kiste da rüberschieben und dann da rankommen, wo das da ist. Das versuche ich gleich mal. Teil, herrlich. So. Da komme ich also nicht ran. Wollte mir das Spiel das sagen. Nee, oder? Aua. Das ist doch nicht so bequem. Ach, die Kiste steht da jetzt. So. Eigentlich hatte ich dieses Jahr so sehr auf das Game Skulls and Bones gehofft, aber das ist schon wieder verschoben. Und ob es überhaupt noch erscheint, steht wohl in den Sternen. Ja, sowas kenne ich. Ben erst Level 43, dauert noch ein wenig. Das kenne ich. Hier von Dead Islander. Da sollte es doch mal einen neuen Teil geben. Zweiten Teil. Und es ist ja bis heute noch nicht erschienen. Und ob das überhaupt nochmal erscheinen wird, wage ich zu bezweifeln. von Assassin's Creed Teilfiguren. Auch von den Alexios. Aha. Ich habe mir den Film mal reingezogen. Fand ich sehr interessant. Da ich die Assassin's Creed Reihe nur so ein bisschen kenne, aber nicht so wirklich die Story, hat mich der Film, glaube ich, auch ganz gut abgeholt. Aber ich fand die nicht schlecht. Liegt auch hauptsächlich an dem Schauspieler. Oh. Das ist ja der Schauspieler, der auch den Magneto gespielt hat in X-Men. Fällt jetzt gerade sein Name nicht ein. Der gefällt mir, den finde ich echt gut. So. Dann haben wir das gleich hier auf der anderen Seite. Cassandra sieht so gut aus auf der Schmelz. Genau, können wir es mal sehen. Ja, du sollst den Film genießen und nicht dich Fassbänder, genau. Satz sehen. Wieso, man kann sich doch man kann sich doch Appetit holen. genau, Michael Fassbänder. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Aber es geht. Sehr gut. So, was habt ihr jetzt hier für schöne Sachen. Ja, war ja klar. Ach, scheiße, jetzt ist sie da gut. Ach, ich wollte gerade Medipack nehmen. Ich habe es gerade gesehen. Boah, das nimmt aber auch nicht Energie, hm? Hätte ich doch bloß noch nicht gespeichert, aber andererseits vielleicht doch auch ganz gut. Ach, ist das ärgerlich. Wo bin ich jetzt? Ach so, ja, genau. Jetzt mal kurz was gucken. Jetzt muss ich das nochmal machen. Mäh. Ah. No. Aber so arbeitet man sich Stück für Stück voran, ne? Jetzt weiß ich zumindest, dass er so ein Viech ist. Muss ich gleich ein bisschen mehr auf meine Gesundheit achten. Was hat sie denn hier? Ah, sie war ja auch schon halbwegs angekratzt. Soll ich vielleicht dann mal ein Medipack nehmen? Denn ist ja kein Woden daran, ne? Na, komm schon, Lara. So. So, ich nimm mal eins. Nun ist vergesse ich wieder. Schon besser. Jo, heute Abend gibt's Käsespätzle, hab ich grad erfahren. Oh, hör auf, von Essen zu reden, ich krieg Hunger. Ach, shit. Ich war ein bisschen zu sehr an der Kante. Aber freut mich für dich. Wenn du das gerne isst, dann hast du ja, kannst du dich auf was freuen. Ich weiß gar nicht, was wir geplant hatten. Muss mal schauen hier, dass ich so ein bisschen mehr schräge. Meine Frau macht die gar nicht, aber sie hat ein Einsehen. Auch das ist ja lieb, guck mal. Das ist echte Wertschätzung, wenn sie was kocht für dich, was sie selbst nicht so gerne mag. Oder? Wie komm ich denn am besten heil runter hier? Wie doof ist denn das? Ah, hier. Dann kann ich ins Wasser hüppen. Das ist echt, echt Volllauf. Ja, schön, ne? Und hepp. Ach ja, hoffentlich muss ich das nicht noch 25 Mal machen hier. Muss ich echt gleich aufpassen, dass ich da überlebe, wenn ich wieder sterbe. Ich muss mir echt einen Hund oder so zulegen, aber ich glaube, der muss ich dann großer sein, ne? Ich wollte eigentlich einen kleinen Mops haben, aber ich glaube, ich brauche ja was Größeres, der mir meine Füße wärmt, weil ich hätte mir jetzt schon wieder eiskalte Füße. Obwohl, ich habe schon hier eine Wolldecke über meine Beine gelegt. Ich kriege immer kalte Füße. Ist das erzent. Nein, noch ein weiter, Lara. Ein weiter noch. Ach. 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 Aber ich hätte gern noch einen. Man kann nie genug Möpse haben. Sven schüttelt den Kopf hier. Ich bin Aisch. Die hab ich ja noch gar nicht. Vier Schuss ist ja auch nicht wirklich viel. Die hab ich sowieso, ne? Hä? Ernsthaft? Steine jetzt durchgepackt. Wie wärs mit einer Katze? Ja. Hatte ich schon. Obwohl, nen Hund hatte ich auch schon mal. Aber trotzdem. Ne Katze, die liegt ja nicht brav an den Füßen. Toll. Warum bin ich denn da jetzt durchgepackt? Was soll das denn? Ja, du hast gut Schreien da oben. Finde ich so witzig. Muss ich da extra wieder hin. Mann, das Wasser jetzt. Da hinten, ne? Da ist der Wurm drin. Wenn ich wieder beheizbare Hausschuhe ein, dann ist das Problem gelöst. Stimmt. Ja, ich muss mich echt da mal irgendwie mal schlau machen. Ob ich da nicht irgendwas... Der Winter steht ja nun auch langsam wieder vor der Tür. Ach, da kann ich nicht hoch. Shit. Jaja, ich komme, du Viech, du. Nein! So, jetzt. Ja, vielleicht kriegt das einer von hier den Töten. Ist ja auch nicht schlecht. Mann! Ohne! So, guck mal! Aua! Das explodiert und das tut weh, ne? Okay. Sollte man nicht zu nah an den. Aber jetzt habe ich das. Wenn nicht noch eins kommt. werden die bestimmt noch mal sehen diese mumien aber nicht hier jetzt das endlich aufgegangen und was das ach das ist nun fenster da ist ein schlüssel wie gemein darf man schon mal einen blick drauf werfen weißt du danke oh wunder ein schalter ne ja so jetzt schiebe ich diese kiste noch ein stück weiter und dann müsste man ja endlich hochkommen hoffe ich zumindest na siehst du geht doch soll man da hochkommen können tatsächlich krass diese bemalung hier sieht schon cool aus ach guck mal jetzt sind wir hier oben was ich von unten schon gesehen hatte und und wunder hier ist auch wieder ein schalter rums jetzt ist das auf okay kann man damit was machen nö ne sieht einfach nur schick aus wahrscheinlich das kann ich wahrscheinlich noch so ein bisschen wild drauf rumhüppen hier oben wenn man was absahnen aber ich habe noch kein speicher kristall jetzt ich hoffe es rutscht nicht ja das geht da würde man rutschen jala gemütlich das ist nur munition oder ich würde so gerne speichern jetzt ne ist das doof da kann ich doch hin warte mal ja so eigentlich spielt kann ich im multi momentan met max weil sie die duplati noch machen will bevor der der server abschaltet okay das ging schön langsam wieder nach unten noch ein paar goodies sauber einsammeln nehm ich da drüben aha da höre ich doch schon wieder was so ich habe immer noch über 500 schuss dankeschön so ruhe ist habe ich da was verpasst aber eigentlich kann ich doch jetzt runter ne aber eigentlich kann ich doch jetzt runter ne so wollte ich das eigentlich nicht aber gut ganz schön waghalsig aber beide sind platiniert und die ganze zeit kein speicherkristall öffnen und die ganze zeit er ist ja immer zur sicherheit Oh, was ist das? Munition. Oh, geil. Davon habe ich so wenig. Muss ich, brauche ich dringend. Oh, ein Speichel. Speicherkristall. Oh, ja. Es war dunkel hier, ne? Hm. Hä? Sollte ich den Schalter drücken. Okay. Komme ich dann nochmal zurück? Ich glaube schon, ne? Puh, erstmal speichern jetzt. Sehr gut. So, kommt da noch, Kätzchen. Hallo? Guck mal, Lara am Spieß. Gut abgehangen. Nix. Okay. Was ist das? Oh, ganz wichtig. Munition. Ohne die kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Das ist auch ein Kätzchen da drüben. Das ist auch ein Kätzchen da drüben. Nein. Nein. Das geht nicht. Nein. Das geht nicht. So, war ja klar. Ich erinnere mich, das war ja ein Anniversary auch so. Super ätzende Stelle, vor allen Dingen auch schwer. So. Joa, gut. Bin ich hier unten, hab mir ein Medipack eingesackt. Aber, ich muss ja auf die andere Seite, ne? So. Das sieht gut aus. Wieso kann man denn da in die Mitte, wenn man könnte? Ach, ich hasse diese Steuer. Wo ist das eigentlich, dass man einen PS4-Controller ohne Kabel eine PS3 verbinden kann? Kann man das? Habe ich noch nie ausprobiert. Ohne Kabel? Aber man muss sie ja einmal connecten mit dem Kabel, denn, ne? Mindestens. Mann, ich wollte doch da hin. Hier so. Hä? Da sind ja schon wieder Kätzchen da unten. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Da zittert er das auch rum. Tja, hier unten kriegst du mich nicht. Äh, hier oben. Jetzt. Okay, hat sich erledigt. Gleich falle ich aber runter, sterbe ich. Kann ich den ganzen Scheiß nochmal machen? Kann ich da hoch? Ach, da ist eine Klappe aufgegangen. Das ist die Klappe? Da komm ich ja nie hoch, da. Da will ja nichts. Hä? Vielleicht ist da ein Geheimnis drauf, ne? Gehe ich mal stark von aus. Hm. Autsch. Aber ich denke mal, ist scheißegal, ob du den Playstation 3 oder 4 Controller dran hast. Du musst ja sowieso, ähm, mit den Richtungstasten hier Lara steuern. Häääh. Ich hab schon gehört, aber trotzdem, ne? Alter, hier so in dem engen Gang, ja. Blödes Viehchen. Oh Gott. 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 gibt sogar video auf youtube wie man es macht ohne kabel habt letztes ps4 controller ps3 verbunden weil ps3 controller spinnt klappt auch gut wenn du mal probleme hast dann kannst ja auch machen okay ja danke katja bisher geht es ist nur so dass die akkus langsam echt hinüber sind aber ansonsten funktioniert der ein oder andere hier noch ach gott hier hätte ich mit dem kämpfen können weißt du anstatt dass du mich erstmal hier ins areal hier reinlässt nein lässt du mich da in dem engen raum mit dem kämpfen was ist das für ein leerer raum hier was wenn der grab was von level design das ist der wahnsinn nö ich lass dich erstmal gut da kann ich hin ansonsten haben wir auch nichts außer dass da oben ich weiß nicht Hier ist auch wieder nix, ne? Aber Hauptsache, da geht mir so ein Viech auf den Sack mitten in so einem Gang. Wie komme ich da denn drauf? Interessant. So, vielleicht, ne? So, der Schlüssel ist rein. Mein ganz allein. Autsch. Ach, jetzt bin ich hier oben. Hm. 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 Könnte man auch rüber. Wozu, ne? So, Munition. Endlich wieder. So, oh Gott. Das war knapp. Und, wie soll das alles sein? Ein Schalter. Aha. Ich höre mal was rauschen, das war's. Also hier ist nichts passiert. Ich höre mal was rauschen. So. Jetzt bin ich wieder drüben. So, jetzt gucken wir mal. Hat sich da was geöffnet? Oh Gott. Da mach ich vor Schreck erst mal ein. Für die beheizten Hausschuhe. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Bits. Boah, was für ein Beruf, ne? Da hab ich so einen Schreck gekriegt jetzt. Vielen, vielen Dank, Pergelsushi. Dankeschön für die Bits. Jetzt hat sich das hier geöffnet. Okay. Und jetzt ist hier Sand und dann wäre ich da wahrscheinlich viel locker hochgekommen, ne? Ja. Ja. Und ich mach da so einen extravaganten Sprung. Egal. Jetzt hab ich den Schlüssel. Ja. Mhm. Habe ich da einen Schlüssel vor? Hauschuh erholt, musst du dir aber auch zeigen. Oha. Dann war das doch noch ein Secret. Mist. Habe ich das nicht mehr geholt. Ich wusste nicht, dass das hier das Ende ist. Aber egal.